Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Das Einzelkind Michael steht vor einem Gemälde und sagt, der Vater des Abgebildeten ist der Sohn meines Vaters. Wer ist auf dem Bild zu sehen? Benötigst du noch Bedenkzeit, dann klicke kurz auf Pause, gleich gibt es die Auflösung. Vergiss nicht dein Abo dazulassen und jetzt gibt es die Auflösung. Michael sagt, der Sohn meines Vaters. Da Michael Einzelkind ist, hat sein Vater nur einen Sohn und zwar ihn selbst. Das heißt, der Sohn meines Vaters ist Michael. Und Michael ist der Vater des Abgebildeten. Wenn Michael der Vater des Abgebildeten ist, dann ist der Abgebildete logischerweise sein Sohn, also Michaels Sohn. Das ist auch die Lösung. Schreib mal in die Kommentare, ob ihr es lösen konntet. Teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.